hallo und herzlich willkommen zurück auf der galgenberg gestern und gestern war die aufnahmen abgebrochen wegen übelster migräne heute gibt es gott sei dank wieder und ich habe heute morgen bisschen vorgearbeitet junge die wir sind gefüttert die haben wasser und jetzt wollte ich eigentlich so das blöde ist da müsste ich allerdings den rechnern neu starten es hat wieder irgendwas kann nämlich nicht aus haben ohne dass das ziemlich blöde sache so man 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 also einmal da jetzt da oben noch ein traktor oder nicht wo ist überhaupt mein auto alles weg dkw gehabt oder auto ist da hatte anzeigen da steht da steht da ja wir wollten die monschmierfeld rausnehmen das hat nicht die monschmierfeld die monschmierfeld die monschmierfeld die monschmierfeld ne die monschmierver die monschmierfeld die monschmierfeld diese die Das ist ja landwirtschaftlicher Verkehrsfragen. Das wird dann ja auch funktionieren, hm? Jo ist noch ein Traktor davor. folgendes gucken also ob er fahrt wo packen wir denn mal hin eingefahren das ist doch wohl nicht wahr der Gurk mitten durch das Sonnenblumenfeld hast du das gesehen nur ist er nicht mehr ganz oder was und wo ich den wieder sehe quer über die Felder kannst du dir nicht ausdenken ich möchte mein Auto sehe ich nicht wieder das ist weg vorsichtig mal an sonst euch auf der Seite mit dem mal reinholen übrigens ist mein Strohlager kaputt allen dann immer kommt doch niemals zuhause an oder mal im Ernst nein 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 ja ja das habe ich mitgekriegt Die habe ja deine Nummer gewählt. Ihr Pinsel hier, hallo, wer ist da? Hallo? Erschte mich nicht, oder was? Hallo? Hallo? Hey! Hallo? Du musst schon mal dein Oro-Bugs rausnehmen. Ach, jetzt höre ich dich. Meine Güte, das wird ja immer schlimmer mit dir. Aha, was wollt du? Was kann ich für dich tun? Oh, hast du an, 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 was wollte ich jetzt? Striegel wollte ich. Ja. Ach, du kannst sagen, weil ich habe keine Ahnung, ob ich einen habe. Ja, ich möchte immer ein Feld streicheln. Brauche ich einen Striegel. Könnte sein, dass ich einen habe. Also ich gehe mal fast davon aus, dass ich einen habe. Musst du mal auf den Hof kommen? Sag mir mal, ob du irgendwo mein schwarzes Auto gesehen hast. Ich habe da eben einen Helfer mit losbekommen. Der erste Weg war quer durchs Sonnenblumenfeld. Und keine Ahnung, ich habe so die Befürchtung, die Karre kommt nie bei mir zu Hause an. Ja, das kann sein. Hast du keinen GPS-Tracker in deiner Karre? Ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, der direkt, nicht Straße, nein, nein. Der ballert durchs Sonnenblumenfeld. Ja, kann man mal machen, ne? Also der Nachbar freut sich garantiert. Aber wirklich? Wer durch? Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Also, man... Welch hat der da oben gerade Strohballen weggeholt? Ich habe ja einen neuen Strohballen-Anhänger, der super gut funktioniert. Ja, habe ich gesehen. Der ist eine Bicke-Backe vollgepackt bei mir hinten. Da ist einer mehr drauf als da. Aber ein schöner Anhänger. Der geht richtig... Hauptsache ordentlich draufpacken. Und dann habe ich neue Bleche für den Steyer bestellt. Hä? Hä? Ja, ich muss ja ausgebeult werden. Ja, siehst du das? Ich muss ja auch noch ein Typ stellen. Ich muss ja ausgebeult werden. So. Ja, ich muss ja für meinen Mercedes-Bridge eine neue Typ stellen. Was hast du denn damit gemacht? Na, ich habe gar nichts gemacht. Mir ist da einer reingefahren, weißt du? Oh. Ja, ja. Weil die Leute hier, die fahren ja wie die Bicke-Backe. Ja. Das ist ja nicht mehr normal. So, ich habe jetzt mal gerade mein Handy rausgezückt. Und mein Auto... Guckt denn der rum? Er fällt... Sollst du, wenn du es findest? Ja, ich habe ihn schon gefunden. Du musst ja vorstellen, ich habe den auf Feld 131 so in der Ecke losgeschickt. Jetzt bei Feld 78. Wow. Träf bald ein beim Fahren. Mann, 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 Mann. Ja, über die Felder muss man langsam fahren, weißt du? Da hat er richtig Gas gegeben. Nee, ähm, genau. Komm mal vorbei, dann gucken wir. Ja, und dann mach ich jetzt. Es fällt nur schnell fertig mit Düngen und dann will ich das drüber streicheln. Riechen. Ja, 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 ja. Kann man das so machen. Was schon ungraut halt, ne? Kann man so machen, du. Oder aber ich warte und fahre da mit der Chemie-Keule drüber. Na, mit dem Bioherbizid. Könnte ich auch machen. Vielleicht auch, man weiß es nicht. Geht mit Sicherheit, aber das kostet halt alles Geld. Bleibt denn der Eim? Bleibt denn der lang zum Teufel? Ich komme mal vorbei. Eieieieiei. Da hinten muss er jetzt irgendwo sein. Oh, ich glaube, mein Auto kommt. Alles klar. Dann, äh, bis später. Bis später. Ich glaube, da ist mein Auto. Junge, Junge, da bin ich mit dem Traktor und mit dem Strohanhänger schneller als der. Aber gut. Fährt da jetzt hin? Der hat gesoffen. Ist jetzt fertig, Mann. Warte mal, ganz kurz, eine Sekunde. Wir haben eben in die Küche... Küche geruscht. Haben wir mal ein Brennnessel? Ich weiß nicht, warum ich das... So, was will er haben? Strich? Ein. Verhaupt einen? Ja, wo? Aha. Ein. 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 Meine Güte, was ist denn das? Tut mir leid heute. Sorry. Für diese ganzen Rollsbrache. Aber ich habe dermaßen einen Frosch im Hals. Das ist... Also so. Guck. Haben. Baderseetechnik. Neidwerke. Gewänder. Sämaschine. Welcher? Ich habe da wirklich keinen Stiegel. Ich habe keinen Striegel. Hat aber der Maschinenring einen. So? Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt... Ähm... Machen wir das. ... ... ... ... Vielen Dank. 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 So. 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 auch Ich sehe, dass wir hier eine Linie reinkriegen. Was der Helfer macht. Gerade durchfahren nämlich. Das ist okay. Vollkommen okay, wenn er das ist. Aber liebe Leute, wir sind für diese Runde auch schon wieder am Ende angekommen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich glaube, ich muss das doch manuell den Folgen fertig machen. Schaut bei den anderen beiden rein. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Dann erstmal, ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.